Hallo und willkommen zu einem weiteren, was auch immer, heute mal mit einem Flash-Game. Das sieht cool aus. Jetzt kann ich nicht Play, also da Play. Und zwar zu We Become What We Behold. Ich habe keine Ahnung, was das macht, was das Spiel ist. Warning, the following program contains scenes of snobbery, rudeness and mass murder. Via discretion is advised. 5 Minuten. Wir Become What We Behold, we shape our tools and then our tools shape us. Marshal McLuhan. Misattributed. Point and click? Just some normal peeps. Okay. Little Crickey. Okay. Oh, jetzt sind drei da? Was ist für nicht alle drei? Okay, that's too many crickets. Oh, schade. Ich dachte, da würden jetzt mehr kommen. Haben wir den Typen? Oh, nice head. Ja, ist das denn? Cross, go get a room. Ja, got to catch him doing something interesting. Okay. Was ist die Hölle? Schade. Oh, sieUnte. Oh, sieh. Ja, das war viel Funny later. Oh, sieh. Oh, was ist das? Gel scream. Hier ist Squares. Ja, Cricky. Ich weiß. Squares snub circles. What are these nerds doing now? Oh, sie gebt mir mein Hut. Oh mein Gott. Who turns into what people get along? Circuits hate squares. Squares hate circles. Oh mein Gott. Und er springt da schön weiter rum. Square hates circles. Peace is boring. Violence goes viral. What? Almost everyone hates everyone. Everyone hates everyone. What? And every story needs a conflict. So. Heads ain't cool no more. Haven't you heard? Oh. 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 What the fuck? Be scared. Be angry. What? Be scared. Be angry. What? Die killen sich alle gegenseitig. What? Created by Nikki Case. What? What? Last but not least, thank you for playing. Yeah, bitte. Was soll, habe ich gerade gespielt? What? Okay, das war etwas sehr komisch. Aber es stinkt irgendwie, wir werden zu dem, was wir fürchten oder so. Hm. Gut, das ist dann wohl dieses Spiel gewesen. Danke fürs Einschalten, das war jetzt sehr komisch. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, ihr wisst es, ihr werdet es in der Bewertung da lassen. Ansonsten schaut auch in meine anderen Videos rein. Hier werden wahrscheinlich rechts gleich welche auftauchen. Links. Könnt ihr ein Abo da lassen, wenn ihr wollt. Ansonsten teilt es auch mit Freunde, Familie, Hund, Katze, Maus, Nachbar, Goldfisch von nebenan. Wie auch immer es gefallen könnte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit eurem Kehrsaat. Und hoffentlich nicht so bescheuert blutig. Bis dann.